E. A. Poe Productions liest Märchen von Ludwig Bechstein Heute Vom Hänschen und Gretchen, die in die roten Bären gingen Hänschen und Gretchen waren noch kleine Kinder, als sie einmal miteinander hinaus in den Wald gingen, um rote Bären zu suchen. Jedes hatte ein Töpfchen. Ehe sie den Wald erreichten, kamen sie an einen Teich, darin gar schöne Fischchen herumschwammen, die aussahen wie das blanke Silber. Davon fingen sich die Kinder einige und taten sie in ihre Töpfchen. Dann pfückten sie im Wald noch gar viele rote Bären und taten sie hinein zu den Fischlein, bis das Töpfchen ganz voll war. Dann fanden sie zwei schöne Messerchen, und die legten sie obendrauf. Aber als sie eine kleine Strecke durch den Wald gegangen waren, sahen sie einem großen Bären entgegenkommen. Da fürchteten sie sich sehr und versteckten sich und ließen in der Eile ihre Töpfchen zurück, die der Bär, als er herbeikam, mitsamt den Fischen und den Bären auffraß. Und auch die Messerchen verschluckte er. Dann tappte er wieder fort. Die Kinder, als sie sich wieder hervorwagten aus ihrem Versteck und sahen, dass ihre Fische und Bären und Töpfe und Messer aufgefressen waren, fingen sie an zu weinen, gingen nach Haus und sagten es ihrem Vater. Der machte sich schnell auf, nahm ein langes Messer mit, ging hinaus in den Wald, schnitt dem Bären den Leib auf und tat alles wieder heraus. Die Bären, das Fischchen, die Töpfchen und Messerchen und gab es seinem Hänschen und Gretchen wieder. Da waren die Kinder voll Fröhlichkeit, trugen ihre Töpfchen heim und aßen die roten Bären und aßen ihre Fischchen und spielten mit den schönen Messerchen.